Bayern ist ein starker Medien- und Filmstandort und wir wollen es auch wieder verstärken. Wir wollen an der Stelle zulegen. Das ist nämlich ganz wichtig auch, weil die Medien heute nicht nur das Klassische sind. Da gehört ja unheimlich viel dazu, Digitalisierung, Virtual Reality und alles mehr. Und da wollen wir wieder stärker werden. Deswegen werden wir in den nächsten Wochen ein Konzept machen, wo wir den Film- und Medienstandort stärken. Ehrenpreis ist doch was Schickes. Da freut man sich, wenn man den Ehrenpanta bekommt. Der Preis ist schön, das ist Nymphenburger Porzellan. Und dann noch der Ehrenpreis. Also eigentlich ist es so, dass der Ehrenpreis des Ministerpräsidenten nicht vom Ministerpräsidenten ausgesucht wird. Denn es wird rein ausgesucht von einer Jury. Das heißt, man kann auch Pech haben, dass man jemanden hat, den man nicht mag. An der Stelle muss ich sagen, beeindruckend. Ich bin ein großer Fan von ihm. Er gehört zu den ganz großen Entertainern. Und schätze ihn sehr und bin begeistert, dass ich heute diese Auszeichnung für ihn übergeben darf. Bis zum nächsten Mal.